Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen wie man ganz locker flockig Doppel DEPs kriegt und das für immer. Was ihr dafür machen müsst ist in diesem Menü hier sein und wenn ihr in diesem Menü seid geht ihr nach rechts und ladet da in dieses Menü einen Freund ein. Also ihr geht noch nicht auf benutzerdefiniertes Spiel, ihr bleibt da in diesem Menü drin. Wie man gleich sieht steht jetzt dann gleich 2 von 4 und dann ist er euch gejoint. Was ihr jetzt machen müsst ist wieder da zu Spiel suchen nach drüben gehen. Dann drückt ihr L2 das ist hinten links und wenn ihr das gedrückt habt könnt ihr da wieder benutzerdefiniertes Spiel drücken. Und wie ihr jetzt dann gleich seht habt ihr jetzt so 2 kleine Männchen hinter diesem Clan Tag oder hinter dem Rang den ihr habt. Das heisst ihr seid zusammen in einer Party und seit dem neuesten Update ist es verpackt oder verglitscht dass man jetzt doppelte Punkte hat wenn man diese grünen Männchen hinten dran hat. Leute ich hoffe euch hat das Video geholfen wenn ihr noch Fragen habt oder was auch immer ihr könntet in die Kommentare hauen. Natürlich lösche ich wieder mal diese behinderten Leute die denken sie sind krass und schreiben mir irgendwelche Hate Kommentare. Ihr werdet einfach geblockt und gelöscht. Also Leute wenn euch das Video gefallen hat Daumen nach oben und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye. Bye bye.